10, 9, Ignition Sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1 We have another start Zum Gold, geh ja nicht zum Platy, eh nicht zum Kobalt Was, das Gold ist in einer anderen Richtung Ja, ich will doch zum Gold Was, ne, dann müssen wir einmal um den Planeten fliegen Okay, hilfst du mir dabei? Na, tschüss Your health is critical Johan Was? Wer ist jetzt Johan? Ich hab nen Rainbow Grinder Ich grinde gleich deinen Rainbow Try the Rainbow, taste the Rainbow Skittles Ich muss schon wieder Stahlrohre selber machen, ey Weil wir keine haben Ja, aber wir haben genug Eisen, glaub mir Wir haben genug Eisen Und noch Computer brauche ich Computer, 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 Computer Ach, alle Maul Halle Maul Jetzt haue ich dir auf dein Gesicht Was haue ich dir aus dem Maul Bei Bilding, Gravitationsfeldgenerator, führt Anlocked New Blocks Was? Do you not do what? Also jetzt, du musst ein Jump-Up auf deinem Teil installieren Du musst ein Scheiß Ja, hallo, ich bin da Okay, jetzt musst du sterben mit Backspace Backspace, also du musst aussteigen? Suizid Suizid, genau So gute Philosophie Ja, hallo, Allah Ja, ich muss mich nicht anbohren Samuel Samuel Auf mich anbohren, sonst flexe ich nicht weg Hallo Kann ich nicht wegflexen? Ja, kann man Dann Ah, warum fliege ich? Mama Juhu Du hast auch nichts unendlich, Fuel Ja, das geht bei allem, muss ich neu auftauchen Ach so, ja, ja, das ist gut zu wissen Früher oder später hat das gemerkt Ja Jetzt kann ich dir helfen Ah Alter, was fußte, Jonas Falschart Wir sind eine ernstzunehmende Base-Kolumse Geil zu dem Spiel ist, dass ich ne Flex hab Sogar bessere Flexen später Samuel, ich möchte dort gern ein Gyroskop hinsetzen Bist du hässlich, Alter Ja, ne Vielleicht auch nur, weil du mich von, ähm Aufm Kopf anguckst Und dein Mund ist über deine Augen, was ist denn los mit dir? Ich kann nichts dafür Ja, weil ihr denkt immer, viel zu umständlich Komischer Typ, oder? Ich denke aber genau richtig, weil ich recht habe Du hast es nicht Du hast es auch nicht Was soll ich jetzt machen? Sterben In Orbit fliegen Sterben und in Orbit fliegen Sterbend in Orbit fliegen Als Leiche in den Orbit fliegen Warum haben wir 100 Sprengstoff im Ding? Brauchen wir Sprengstoff? Darf ich es verwenden? Nein Wieso nicht? Lass ich uns kaputt Machst du irgendwas bei uns? Hä? Das ergibt doch keinen Sinn Seit wann macht Sprengstoff was kaputt? Nyaaah! Der hat das unter mir weggegrindet Ich kann mich bei der Flex im Baum umflexen Kann ich den jetzt auch mit dem Schweißbrenner anzünden? Naja Ist wieder nicht Unrealistisch Direkt deinstalliert Was wird das jetzt hier? Achso das habe ich gebaut Sehr gut Du brauchst noch einen Sitz Der braucht keinen Sitz Ich spann mich einfach dran Der ist Hardcore der Sommer Bist du bereit? Ich weiß nicht Ja die Rakete ist auch noch nicht bereit Also da auch noch Und wenn du sobald die hat Kannst du die normalen Strasser benutzen Die Iron Strasser Die Frage Ich hab jetzt Ich nie dran Nass mal so Zwei Stück hall ich an Nein das reicht dann doch nicht Ich hab vier Stück Reichen vier Stück dafür Oh Gut dann mal so Lalalalalalala Falschirm! Warum geht er nach unten auf? Ich glaube, da ist das Ding falsch angeboten. Was stirbst du da? Aua! Jetzt kann ich wegen deiner Leiche dort keinen Block platzieren. Ah! Die D-Spot gleich, oder? Bin von da oben runter gefällt. Oli, ich glaube, der Falschirm reicht nicht aus. Oli? Natürlich, guck mal, wie der Falschirm ausreicht. Ja, weil ich jetzt Wasser angemacht habe. Was machst du halt jetzt? Was machst du halt jetzt? Was machst du halt jetzt? Ich mache nicht. Ich mache so, das ist kaputt. So kommen wir nicht weg vom Planeten. Ich bin ja kein Profi, oder? Das sieht falsch aus. Bis zum nächsten Mal!